Ja, du hattest ja, meinst du mit Tennis-Hacken? Habt ihr was achten, Manni? Hä? Na. Lass doch mal achten, Manni. Wann ist das wieder? Wann ist das wieder? Wann ist das wieder? Wann ist das wieder? Nein. Sehr sanft. Wann hat keiner zu tun? Nein. Ich hab nichts zu tun. Du bist auch nicht so irgendwo auch. Ja. Sehr gut, nein. Ah, Lecki! Juhu! Juhu! Ich hab keinen Ausgropfen mehr. Hä? Ja. Ich verlerne. Ich verbrühe. Wo siehst du da? Oh. Was hast du da nicht trainiert? Ja. Ja, geh. Jetzt hast du Leistung in die Kälte, oder was? Ja. Na geh. Jetzt hast du Leistung in die Kälte oder was? Na geh. Ich hab den nicht recht in der Mund. Ja, wenn wir mal einen Schritt wieder abzuhören. Das ist ja. Ja, das ist schon wieder der. Boah! Jo, halt da. Ja. Ich nehme den Nils. Aufspielung. Ich nehme den Nils. Ich nehme den Nils. Ich nehme den Nils. Was? Wohna! Was ist er schon afraid, Mann? Ich felded back hier ein bisschen. Das ist der Fuß. Neldigen hat mir auch Glück getan. propeller bückell ist da irgendwie es nirg. Ziemlich können wir noch rüber. Oh, der Blut ist. Ich bin ja alles abgeschmissen. Der wollte ja wohl nicht. Ich wollte ja auch nicht ausfassen, aber da muss ich was abgeschmissen. Der ist doch nicht cool. Das witzelte. Mein Alter! Gott, ich würde es nicht mehr tun. Er wollte wirklich Gott, wenn du das wirst. Was hat es mitgetüttet? Weil ich einfach keinen Atem untergeboppte. Gebappt, oder? Gebappt, oder? Gebappt, oder? Äh, kurz... Er ist ja geahmt, dass du nach hinten und er hat gar keine Schreie nach vorne gefahren. Reis. Reis, dank. Ich bin geschalt. Wurde da! Na, geh, mach den Helder! Ich bin geschalt. Ich bin geschalt. Nein, geh, mach den Helder! Ich bin geschalt. ... ... ... ... ... ... Was ist das hier? Oh, oh. Was ist das hier? Das ist die Aussage. Ja, ich spüre. Warte, ich mache die Samen. Zeh, ich kürze, wenn sie das schön schütteln, dann haben wir es doch zehn Puppets. Das ist der Erdbeere. Was ist das? Was ist das? Ach, geil. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, ich spüre. Okay. Das ist doch so. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann hat man die Schlau. Na. Ja, du. Halt hoch in meinem Bauch, wo alles durchgedeckt. Was, dann muss das mit? Ich muss aber voll schnell näher haben. Oh, das merkt auch. Was ist das? Was ist das? Kurz zu gucken, wenn ich es ja nicht mehr in die Stücke mehr da ist. Schaut, was sonst? Warum wir mit dem Snappern? Oh, das ist fast zumal gekippt, warum muss ich... Oh, lass mal... Boah! Was ist mit der Gerät? Hä, hab ich den truppert, oder? Wahrscheinlich... Ja, ich mach den jetzt, ich wollte... Ich hätte jetzt wirklich den Sieger gemacht... Ja, ich... Das ist mir jetzt, wenn du noch mal zusammen hast... Super! Und ich weg der? Ich! Ja, kurze Füßchen... Du kommst ja leider aus, wo ich dir bin... Ja, du kommst da aus, wo ich bin... Ach so, ja... Ja, und weg der Zweiter? Nein! Ich bin ja zu... Du hast nicht gestürzt, weil ich die geschlafen habe! Nein! Nein, weil ich die nicht geschlafen habe! Dann wird ein Sortler gemacht... Oh, eine Sort! Mach der jetzt ungeschwirt! Die Checking-Version! Die Sortler ist gleich! Der ist schon geblieben! Das ist sechs, Simon! Ja... Ja... Das hat doch nicht zu viel Spinnen... Ich hab' noch kommen... Das kommt mir jetzt einfach frei! Ja... Ich hab' noch ein Ding gehabt! Nein, nein, nein! Ich kann sie rein! Ich hab' noch ein Glasfänger! Hahaha... Jetzt komm' wir mal... Wie könnt ihr das eigentlich... Ich mach' mal... Zwergliche, eins... Jeder mal allein... Ja... Gerne... Ja... Aber dann komplett ohne... Ja, so ersetzt ja das... So gleich war's... Recht gut... Ja... Ja, aber auf welcher Haft, ja? Ja... Das ist ja... Ich mach' noch mal... Ja... Uuuh... Der Ruß der Bastek Zanzki... Hm... Das war ein viel mehr... Ja, ja... 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 Ist das groß... Das... Der... Kann man... Pfff! Pfff! Hä? Hast du dann die Ding auch schon, oder? Die Versions-Alias? Nein, die gibt mir nix. Ja, ich hab alles mitgebracht, hab ich gesagt, du sollst verteilen. Du, das ist... Vor Dios! Das lief? Hat dir nix mitgebracht? Das ist doch mal unzuverlässig. Ich hab gesagt, du sollst verteilen. Ja, ja. Jetzt, was hat sie denn hier? Jetzt sieht man die Grunde sozusagen auf den Bischofschau. Aber ich, äh... nicht viel. Pfff! 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 echner Ich kann nur mal lieber sagen, links oder rechts, aber ich werde jetzt noch an beide Seiten, links oder rechts. Danke! Was ist da? Zurückfallen! Ich kann halt nur mal essen. Vielen Dank! Das gibt's doch nicht jetzt! Wann, dass ich noch um bin? Was? Das hast du gefressen, oder was? Kommt bei uns. Ah! Fuck, bitch! Wo ist jetzt einer? Um müssen. Ja, immer schön. Ach, geh! Wie ist es, Mann? Ich weiß nicht, ob er gerade einen Schmeiß geschossen hat. Schmeißen wird. Da haben wir seitens rechts. Ja. Was? Ich weiß es doch. Ach, du weißt, was du das sollst. Ja, wie machst du das? Bisschen Lärm. Oh, Mann. Ich hab' den Fugel nicht mehr. Boah! Ja. Boah, eine Reaktion. Ich zieh mich das schon ganz. Ich kann mal gucken, da was mächtiges Grünes. Einfach so. Mit einem Patzen. Innen drin ist ein Kreiser. Nein, das 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 stimmt. Wir haben einen Geraden, der war nicht der Exkludiert. Nein, das ist auch nicht. Der ist oben, da tut es Kaffee trinken. Dann tut es ihr Erdabset exkludieren. Die Vorteile und die Nachteile davon. Wer hat es den Vorteil, dass es vier Augen mehr sehen wird, zwei. Ja, hat es jetzt jeder. Ja, das hat jeder mal. Ja, das ist nicht mehr. Verb Passwort, wenn man die Wurrn... Nice one! Ach, 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 ach. Ach! Sobald ich dich kenne, kommst du das hier unten, oder? Ach, geh, wieso zieh ich den Wichsen nicht? Hey, du nimmst, du nennst deine Freunde. Hä? Ja, so nennen wir. Ja. Na, tot. Du musst dir mal schön passen mit mir. Wann mal kommt so blaues, warme, leichte Tassen aus. Wann mal leichter dagegen? Ja. Du musst so leuchten, dass es blau ist, wenn du schon rufen. Mitten.